Liebe Zuschauer, endlich habe ich 100 Abonnenten bekommen, dank euch. Und da mir nichts anderes eingefallen ist als das, will ich mich jetzt bei allen bedanken. Ich bedanke mich bei denjenigen, die sich meine Videos angeschaut haben und gut bewertet haben. Denen, die mich als Freund hinzugefügt haben. Allen meinen Abonnenten. Den, den wir es als gedanken haben, der Purple LP, Monats Abonnent. Alligator C24, der auch der Grund war, warum ich einen Youtube-Account erstellt habe. Die Anti-Slammer, die mich nach der Mischung der Netflix-Play-Karriere aufgenommen haben. Die Spammer, ohne die es die Anti-Slammer gar nicht geben würde. Und all diejenigen, denen die mir starten und mir geholfen haben. Und natürlich meine Familie und meinen Freunden außerhalb von Youtube. Vielen, vielen Dank und ich hoffe, dass es mich noch eine lange Zeit geben wird. Vielen, vielen Dank. Euer TheShy. Vielen Dank. Vielen Dank.